Das ist das druckfrische Kata Praxishandbuch. Dieses Buch zeigt dir einen bewährten Weg, um neue Denkmuster aufzubauen, mit denen du effektiv Hindernisse überwinden kannst. Du lernst auch, wie du Fähigkeiten aufbaust für die erfolgreiche Navigation in komplexen und dynamischen Situationen. Und du erfährst sogar, wie du die Kultur eines Teams oder sogar eines ganzen Unternehmens so modifizieren kannst, dass dieses Team oder dieses Unternehmen anspruchsvolle Herausforderungen annehmen und herausragende Ergebnisse erzielen kann. Trainiere dein Gehirn, sonst trainiert es dich.